In diesem Video vergleiche ich das neue Google Pixel 8 Pro mit dem Vorgänger Pixel 7 Pro. Ich verlose auch gerade ein Pixel 8 Pro. Wenn du beim Gewinnspiel mitmachen willst, dann schau mal in der Beschreibung. Also das Pixel 8 Pro ist gerade ganz neu vorgestellt worden und die UVP liegt bei 1099 Euro. Man kann das Smartphone jetzt schon vorbestellen und erscheinen tut es dann am 12. Oktober. Es gibt drei Farben, Blau, Schwarz und Porzellan. Vorbesteller kriegen dieses Jahr wieder die Pixel Watch 2 gratis dazu. Die Aktion gilt bis zum 16.10. Um die Pixel Watch zu beantragen, gehst du einfach auf die Homepage, die ich dir unten verlinkt habe. Und dann wird hier ab dem 27. Oktober das Formular freigeschaltet, mit der du deine Pixel Watch einlösen kannst. Und die Pixel Watch hat nochmal einen Wert von 400 Euro. Das ist nicht zu verachten. Das Google Pixel 7 Pro kam letztes Jahr auf den Markt für eine UVP von 899 Euro. Mittlerweile kriegt man das Handy aber schon für um die 700 Euro. Hier bei Amazon zahlst du 739 Euro. Als Farben gibt es hier Schwarz, Hazel und Weiß zur Auswahl. Die Links zu den Angeboten findest du unten in der Beschreibung. Preislich ist es sehr interessant, denn die beiden Smartphones trennen ja hier um die 360 Euro. Aber mit dieser Vorbestelleraktion, dass man die Pixel Watch 2 bekommt, die einen Wert von 400 Euro hat, ist das Pixel 8 Pro eigentlich schon wieder sehr interessant. Aber schauen wir uns mal weiter die Unterschiede der beiden Smartphones an. Beim Design sehen wir, hat sich hier ein bisschen was getan. Die Ecken sind jetzt hier runder gestaltet. Beim Vorgänger waren die eher kantig. Auch ist die Rückseite jetzt matt gehalten. Das Pixel 8 Pro hatte noch eine glänzende Rückseite. Das fand ich immer nicht so ganz optimal. Denn auf einer matten Rückseite sieht man einfach weniger Fingerabdrücke. Das Kameraelement ist jetzt durchgezogen. Es ist aber auch wieder eine Triple-Kamera verbaut. Bei den Abmessungen sehen wir, hat sich hier fast gar nichts getan, außer dass das Pixel 8 Pro ein bisschen dicker ist. Beim Gewicht ist ebenfalls wenig passiert. Beide Smartphones wiegen gleich viel mit 213 Gramm. Natürlich haben wir beim neuen Pixel 8 Pro das beste neueste Gorilla Glass Victus 2. Beim Pixel 7 Pro ist noch Gorilla Glass Victus 1 verbaut. Beide Handys sind nach IP68 wasserdicht. Kommen wir dann jetzt zu den Displays. Wir haben in beiden Smartphones ein großes 6,7 Zoll AMOLED Display verbaut. Der erste große Unterschied, den wir aber hier sehen, ist, dass das Pixel 8 Pro Display nicht mehr abgerundet ist zu den Seiten, sondern jetzt komplett plan und flach ist. Die Auflösung ist jetzt ein bisschen gesunken auf 489 ppi, was aber immer noch über Full HD liegt. Neu ist jetzt auch die LTPO-Technik, das heißt die Bildwiederholzahl kann von 1 bis 120 Hz adaptiv angepasst werden. Beim Vorgänger ging es nur von 10 bis 120 Hz. Eine weite krasse Neuerung ist die Helligkeit. Maximal 2400 Nits im Peak können jetzt erreicht werden beim Pixel 8 Pro. Beim Vorgänger waren nur 1500 Nits möglich, was auch schon hell ist, aber 2400 Nits, das ist nochmal deutlich heller. Beim Pixel 8 Pro kann man also in der Sonne alles nochmal viel besser ablesen. Beim Prozessor haben wir jetzt hier den neuen Tensor G3 Chip. Der soll nochmal deutlich energieeffizienter sein und natürlich auch ein bisschen leistungsstärker. Im Vorgänger wurde der Tensor G2 verbaut. Dieser hatte tatsächlich einige Probleme mit der Energieeffizienz, worunter die Akkukapazität gelitten hat. Bei der Software bekommen wir natürlich das allerneueste Android 14 beim Pixel 8 Pro. Beim Pixel 7 Pro war noch Android 13 vorinstalliert, aber natürlich ist jetzt auch Android 14 verfügbar. Der Unterschied ist allerdings bei den Updates. Das Pixel 8 Pro bekommt 7 Jahre Androids und Sicherheitsupdates. Das Pixel 7 Pro nur 3 Jahre Android Updates, beziehungsweise da er jetzt schon auf Android 14 geupdatet wurde, nur noch 2 Jahre Android Updates. Das ist ein Riesenunterschied. Ich werde übrigens das Pixel 8 Pro auch noch ganz ausführlich testen und vergleichen mit anderen Smartphones. Wenn du das nicht verpassen willst, abonnier gerne kostenlos meinen Kanal. Bei der Kamera auf der Rückseite hat sich ein bisschen was getan. Bei beiden Handys ist eine 50 Megapixel Triple Kamera verbaut. Wir haben jetzt aber hier eine größere Blende mit F1.68 zu F1.85. Dadurch kommt mehr Licht auf den Sensor, was die Fotoqualität steigert. Der Ultraweitwinkelsensor ist jetzt auch komplett neu. Wir haben jetzt eine 48 Megapixel Kamera mit einer größeren Blende. Dadurch wird man auch mehr Details ablichten können. Beim Vorgänger war es noch ein 12 Megapixel Sensor verbaut mit einer F2.2 Blende. Die Zoomkamera ist auch ähnlich wie beim Vorgänger. Wir haben ja wieder einen 48 Megapixel Sensor verbaut. Allerdings ist die Blende jetzt auch größer mit F2.8 im Gegensatz zu F3.5. Dadurch kann auch wieder deutlich mehr Licht eingefangen werden. Es bleibt aber weiterhin bei einem 5-fach optischen Zoom bzw. maximal 30-fach kann man ranzoomen. Die Frontkamera hat jetzt 10,5 Megapixel statt 10,8 Megapixel und einen Autofokus. Damit kann man endlich scharfe Selfies aus jeder Position schießen. Aber nicht nur rein von der Hardware unterscheiden sich die Kameras, sondern auch von der Software. Google hat im Pixel 8 Pro einige neue Extra-Features, was die Software angeht, spendiert. Eine Sache ist zum Beispiel der neue Pro-Modus, mit dem man Belichtung, ISO-Wert, Verschlusszeit usw. alles jetzt manuell einstellen kann. Und zwei weitere Features möchte ich ganz besonders hervorheben. Einmal diese Video-Optimierung und das Nachtsicht-Video. Damit sollen Videoaufnahmen natürlich nochmal deutlich besser und schöner aussehen. Vor allem hier Nachtsicht-Video, da bin ich sehr gespannt drauf. Da Videoaufnahmen bei Nacht das schwierigste Szenario sind für eine Kamera. Und hier will man einfach softwareseitig die Helligkeit steigern und dabei auch die Qualität oben halten. Und das alles kann die Kamera des Pixel 7 Pro nicht. Am Ende haben wir dann noch die Akkus. Hier haben wir bei beiden Smartphones ungefähr 5000 mAh verbaut. Google gibt auch hier dieselbe Laufzeit an, also 24 Stunden bzw. 72 Stunden im Extremenergiesparmodus. Laut Google hat sich hier also nicht so viel getan. Immerhin kann man jetzt mit 30 Watt schnell laden, anstatt mit 23 Watt. Und kabelloses laden sowie Wireless-Power-Share gibt es auch wieder. Zum Entsperren kann man wieder den optischen Fingerscanner verbauen. Hier gibt es also auch kein größeres Upgrade im Vergleich zum Vorgänger. Unter dem Strich kann man hier sagen, dass Google auf jeden Fall ein paar Upgrades eingeführt hat beim Pixel 8 Pro. Ich sehe tatsächlich beim Design und dem Display die größten Änderungen. Die matte Rückseite, die abgerundeten Seiten und das flache Panel mit der gesteigerten Helligkeit und der LTPO-Technik sind schon was Feines. Dazu kommt natürlich der neue Tensor G3-Chip, der deutlich energieeffizienter sein soll. Was das größte Problem des Pixel 7 Pro, nämlich die Akkulaufzeit, ausmerzen könnte. Die Kamera ist hardwareseitig gar nicht mal so anders als das Pixel 7 Pro, aber von der Software hat Google hier nochmal einiges hinzugefügt. Vor allem die Videofunktion finde ich extrem spannend und das könnte dann auch mal ein Ausschlag sein für Leute, die gerne Videos drehen, dass sie zum Pixel 8 Pro greifen. Angenommen würde die Watch 2 für 300 Euro verkaufen, käme man auf einen Preis von 800 Euro für das Pixel 8 Pro. Und dann ist man nur noch 70 Euro von einem neuen Pixel 7 Pro entfernt und da würde ich ganz klar zum Pixel 8 Pro greifen. Falls du also noch die Möglichkeit hast, jetzt die Vorbestellaktion mitzunehmen, würde ich das auf jeden Fall tun. Du kannst ja einfach bei Amazon bestellen und das Handy testen. Falls es dir zusagt, kannst du es behalten und die Uhr beantragen und falls nicht, kannst du ja nach 30 Tagen sogar auch wieder zurückschicken. Da hat man also kein Risiko. Wenn die Vorbestellaktion aber jetzt abgelaufen ist, dann sieht es wieder ein bisschen anders aus. Dann trennen die beiden Smartphones hier 360 Euro und das ist schon sehr happig. Und da würde ich ganz ehrlich sagen, 360 Euro wären mir die Upgrades zum Pixel 8 Pro dann doch nicht wert. Da ist das Pixel 7 Pro auch immer noch heute ein super gutes Smartphone. Und falls du gar nicht so viel Geld ausgeben willst, aber trotzdem einen neuen Look bei deinem Smartphone haben willst, dann schau dir doch mal meine Wallpaper an. Ich habe neun verschiedene Wallpaper rausgebracht, mit denen du deinem Smartphone neues Leben einhauchst. Unter Android funktionieren die am besten. Da kannst du nämlich auch die App-Icons in der Farbe des Wallpapers einfärben. Und dann kriegst du so einen clean, unifarbenen Look. Das sieht richtig stylisch aus. Falls du Bock darauf hast, dann schau mal in der Beschreibung. Da findest du die Kauflinks. Jetzt interessiert mich noch deine Meinung. Welches Smartphone holst du dir? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Folg mir auch gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du dir noch zwei weitere Videos von mir anschauen. Mal losklick drauf. Es lohnt sich. 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 Vielen Dank.